Die Testamentsbestimmungen Ihres Vaters Müsste ich wissen, wer Sie sind? Sam, freut mich sehr Sie sollten wissen, reiche Leute werden immer häufiger zum Ziel erpresserischen Menschenraubs Sie sind sehr amüsant Sie werden mir fehlen Ich will den Plan durchziehen Sie berichten nur mir, haben Sie verstanden? Legen Sie sich auf den Boden Na los Wo bringen Sie uns hin? Komm, raus hier Eins muss klar sein Ich arbeite nicht mehr für dich Von jetzt an machst du also, was ich sage Job erledigt, was tust du noch hier? Sie hat niemanden Werde ich, sorry Du musst dich wehren Ich schaff das nicht Holter Freunde sollten einander doch vertrauen können Versprich's mir Sam! Ich verspreche's dir Ich verspreche's dir